Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Löwe, bekannt als eines der größten Katzenarten der Welt, zeichnet sich durch seine imposante Erscheinung aus. Mit einer großen, kräftigen Kopfform und einem auffälligen Schwanz, der in einem Haarbüschel endet, vermittelt der Löwe ein majestätisches Bild. Sein Fell variiert in Farben von fahlem Gelb bis Braun und er weist einen markanten Geschlechtsdimorphismus auf. Männliche Exemplare besitzen eine prächtige Mähne und sind größer sowie stärker gebaut als ihre weiblichen Artgenossen. Löwen sind vornehmlich in Afrika südlich der Sahara und in Teilen Indiens anzutreffen, wo sie offene Landschaften wie Savannen und Graslandschaften bevorzugen. Sie führen ein soziales Leben, schlafen tagsüber in Gras und Büschen und gehen in den Abendstunden, entweder alleine oder in Gruppen, auf die Jagd. Ihre Beute schleppen sie in versteckte Orte, um sie ungestört verzehren zu können. Löwen erreichen eine Körperlänge von 180 bis 240 Zentimeter und wiegen zwischen 180 und 230 Kilogramm, was sie zu den größten Raubkatzen macht. Sie können bis zu 30 Jahre alt werden, was für Großkatzen eine beachtliche Lebensspanne darstellt. Die Größe und das Gewicht variieren zwischen den Geschlechtern, wobei Männchen aufgrund ihrer Mähne und kräftigeren Statur leicht zu erkennen sind. Ihr Fell ist üblicherweise von einer hellgelben bis braunen Farbe, was ihnen eine gute Tarnung in ihrer natürlichen Umgebung bietet. Der charakteristische Schwanz mit einem Haarbuschel am Ende verfügt über einen verborgenen, verknöcherten Dorn, der einzigartig unter den Katzenarten ist. Die Hauptnahrung des Löwen besteht aus Huftieren, aber er erweitert sein Spektrum auch auf Vögel, kleinere Säugetiere und gelegentlich Aas. Diese breite Palette an Beutetieren spiegelt die Anpassungsfähigkeit des Löwen an verschiedene Lebensräume und Nahrungsquellen wider. Obwohl der Löwe an der Spitze der Nahrungskette steht und kaum natürliche Feinde hat, können Jungtiere von Hyänen, Leoparden und anderen Raubtieren bedroht sein. Die erwachsenen Löwen jedoch haben außer dem Menschen keine natürlichen Feinde. Ihre Jagdtechnik, die darauf abzielt, die Beute am Hals oder Unterleib zu packen, ist effizient und ermöglicht es ihnen, auch große Tiere erfolgreich zu erlegen. Löwen sind vorrangig in der afrikanischen Savanne, in Wüstengebieten und in Bergregionen zu finden. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich hauptsächlich über Afrika südlich der Sahara, aber eine kleine Population lebt auch in Indien. Diese mächtigen Raubtiere bevorzugen offene Landschaften, da diese Umgebungen die Jagd erleichtern. Sie passen sich jedoch auch unterschiedlichen Lebensräumen an, von trockenen Wüsten bis hin zu lichten Wäldern, was ihre Fähigkeit zur Anpassung an verschiedene Umgebungen unterstreicht. Löwen verbringen den Großteil des Tages ruhend in Gras und Büschen, um Energie für die Jagd in den kühleren Abendstunden zu sparen. Schöne Schöne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017